Heute in diesem Video. Moin und Hallo. Ich bin hier in Engen. Die Strecke ist auch ziemlich einfach. Ihr müsst quasi, wenn man Strecke kommt, auf die A81 Richtung. Genau. Und dann müsst ihr nur durchfahren durch Engen und dann seid ihr hier. So, jetzt sind wir hier. Wir haben im Wälzen. Gehen wir gleich hin. Es war schon dunkel, aber egal. Wir haben hier eine gute Taschendampe. So, fokussiert es nicht. So, jetzt bin ich hier oben. Ich lasse mein Stativ hier stehen. Wird schon keine Klauen. Ist ja eh nicht weit. So, ist die Höhle. Schöne und Lynn Gимся Sie uns in Haseln Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018